hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen tooth and tail heißt das aktuell für diese woche kostenlos spielbar und von da haben billy und ich gedacht wir probieren es einfach mal aus wir haben das spiel noch nicht gespielt ich hab noch nicht mal einen plan worum es geht ich habe nicht mal ein video dazu anguckt gar nichts wir was muss ich jetzt hier machen rekrutiere deine armee okay da muss man jetzt das nie so fallen okay ich habe glaube ich alles ein darf ich noch ich nehme einen aus der oberen spalte ja ich habe auch wir müssen irgendwie rettas base attacke ok mit wst hallo dass ja ich bin jeder der kommt wie kann ich denn zwischen den einheiten wechseln mit 123 mit e und w ok oder mit 123 aber wie kann ich mir wieder was leisten ja ich glaube mit den schweinen cook und food 15 jetzt angreifen das kostet also viel food mann nein ich will doch was anderes brauche ich bin ich nicht nicht ich kann nicht denn so engine ist bauen aber ich baue jetzt ein lagerfeuer und eine mühle was wo wirst du sitzen ja hier unten der man ja ja und wie so ist der bau da dran wie kann man denn einheiten bauen einfach mit letter ein blätterst du das gar nicht musst du die fans bauen so an den dingern und jetzt noch ein bühler hast du schon eingenommen ja wie kann man die müde ausbauen ach so mit feldern auch hier mein einheiten wie viel wie viel food hast du unten 39 40 60 jetzt geht halt felder die ganze zeit maximal auf ausbauen ich bin richtig gegeben ich weiß aber noch nicht wie man hier attackiert ich bin richtig geboren mann ich werde hier vorliegend 20 gewandt die können die einheiten bewegen die fans ist leider ich habe ja ein bisschen die fans gebaut ja ich habe zu spät gecheckt wie kann ich meine einheiten kann man ja seinheiten jetzt bewegen eine liefte auch so rum gerade ich werde nicht mal fertig das war's siehst du noch ich gucke mir die aber gerade die haben praktisch richtig schnell ja okay ich habe noch ein lagerfeuer ich weiß nicht wie man seinen einheiten steuern kann so wie die keine ahnung war interessant ich würde sagen wir mal erst mal noch eins ja ja return to love you that's so gegen die ja noch einfach noch mal und okay Ah, yo, Kevin, gal. Okay. Erstmal die Felder ausbauen. Aber die eine sagt hier oben bei mir. Ich bin super close hier. Oh, ich werde schon geschossen. Wieso kann ich das nicht erforderen? Ich habe gerade noch 60. Ich habe ein Gebäude zerstört. Da hast du unsere zweiten Windmills gefunden. Ja, hier bei mir sind zwei Stück gleich. Noch einer. Ich werde unten schon wieder attackiert. Ich glaube, ich schaffe das. Guck mal, hier hinten ist ein blauer. Ich bin ja hier zwischen den Arschen. Und ich habe hier hinten alles zum... Guck mal, ich Tower Rush den einfach. Guck mal. Ich kenne Leute wie eine Schieche. Wie soll ich gucken? Ich muss zuhören auf uns gucken. Achso stimmt. Da kann ich alles auf der Karte ne? Ne. Der geht gar nichts. Boah was? Der hat Artillerien. Jetzt schon? Ich habe verkackt gegen das. Ich bin gleich tot, ey. Du musst mir auf jeden Fall irgendwie helfen kommen. Ja, ich weiß nicht wie ich meine Einheiten kontrollieren kann. Wenn ich hier mal habe. Ich hab mir jetzt hier oben wozu sind. Guck mal. Ich verstehe meine Einheit. Die ist kaputt. wie kann man einheiten bewegen eine gute frage die sind hier unten mit artillerie ich habe keine ahnung mit der linken maus haste rallye groove und vielleicht maus haste rallye army er wird in seiner artillerie zerstört aber ich steck es immer noch nicht ganz ich glaube da wo du so mehr oder weniger hin zeigst aber ich habe jetzt hier kaputt gemacht wenn du rechte maus das drückst kommen die alle zu dir meine selbst exkludierenden frische ja 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 und ich weiß einen müde jetzt klasse irgendwas mit rechter und linke maus ich habe hier so irgendwo dran das ist wenn wir alles angriff attacke materiale fällig ich nehme meine ganze armee hier oben rum wo ich um die map meine ganzen killer trupp war jetzt mein killer trupp jetzt stress an unterschiedlichen stellen ja dann mache ich hier das oben kaputt ich habe ein kaputt gemacht der ganz raus ich glaube jetzt kaputt ist der nächste autos von denen ich rache einfach durch 1 kaputt ich habe vier stück kaputt gemacht oder so die sind voll in meine artillerie reingelaufen grün du hast natürlich auch so einen geilen spot gehabt als ob sie sich nach der klatsche jetzt wie gesagt das erste spiel war halt ja da musst du mir grauen dass mir das geht aber das zweite wenn euch das spiel gefallen hat dann hinterlasst doch mal einen kommentar wir werden sicherlich noch ein paar wir werden jetzt sicherlich auch noch ein paar spiele machen das heißt da kommt sicherlich noch content wenn die aufnahmen nicht in sack sind sage ich jetzt mal so mal schauen was da oben erst ausmacht aber vielen dank fürs zuschauen ich würde mich über eine wertung freuen lasst ein abo da und dann bis zum nächsten mal tschau tschau